Ich muss hier irgendwie hoch. Das ist Sprunggel. Ich brauch das, aber... Ha. Da komm ich dann später hier rüber. Ich bin sprung und komm dann da rüber. Aber als allererstes muss ich hier hochkommen, damit ich hier irgendwo die Schlonze setzen kann. Das heißt, ich brauch hier nochmal... ...ein Verteid. Äh, nochmal ein Cube, nicht ein Portal. Ich verstehe es einfach nicht. Da darf ich gar nicht durch, dann sterbe ich gleich. Ach doch, das geht. Klar geht das. Ich muss einfach blau nochmal ändern. Oh, Niki. Scheiße, ich hätte den Knopf drücken sollen. So schaut das Ganze gleich mal ein bisschen anders aus. Sondern können wir nämlich hier einmal so machen. Einmal so machen. Und fliegen durch die Welt. Wuhu. Tschippu. Schön die Fresse nochmal oben am Metall angeschlagen. Und dann haben wir dieses Level. Oh Gott, Niki. Niki ist einfach... Ah. Ja. Na Leute, wie geht's euch? Alles okay bei euch? Jetzt gibt's Neues. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Das tötet Menschen. Menschen, ihr hattet Glück. Ja, gut. Ja, gut. Ah. Ah. Schimmelde Nacket. Um. Au. Ich muss jetzt wieder runter? Ich dann erst, oder? Falscher Knopf. Herzchen! Herzchen! Dann laufen wir halt die Treppen. Da geht's doch nach oben. Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Tür? Keine weiße Wände? Seht ihr weiße Wände? Ich sehe keine weiße Wände. Ich muss wahrscheinlich da hin. Ah. Klar. Äh! Äh! Bracassolena! Ah ja, genau. Main Office? Hey. Remember. Alert your supervisor if you see. Usher Inspector. Undercover Police Officer. Hm, leider glaube ich jemand was gegen hohe Ränge. US-Margin. Hallo! Hier läuft. Was? Oh, der Laden bricht zusammen und Niki geht shoppen. Hallo? Sorry, ich wollte Licht und so. Ah, sie haben. Ich dachte gerade, was gold was das ist. Kann man das anzünden? Geht das kaputt? Schade, Niki will immer alles kaputt machen. Kaution, das Sine ist Radioaktiv. Radioaktiv, Radioaktiv. Radioaktiv, Radioaktiv. All systems go straight as in the... Ja, okay, wir müssen irgendwo hin. Ich denke mal, ah, keep out. Keep out ist immer gut. Hallo? Da ist eine Tür. Toffer, hallo Toffer, grüße dich. Toffer. So, wie kommen wir? Ernsthaft? LoL. Ja. Ja.